Zwischen König Charles III. und Prinz William sollen laut eines Reuel-Experten die Fetzen geflogen sein. Der dramatische Grund, der König fürchtet offenbar um das Leben seines Sohnes. Prinz William, Eklat mit König Charles hinter den Palastmauern enthüllt. Kam es hinter den Palastmauern etwa zum Eklat zwischen Vater und Sohn? Das zumindest behauptet jetzt der Reuel-Experte und Autor Robert Jobson. Der verriet, dass es zwischen König Charles, 75, und Prinz William, 42, zu einem Streit gekommen sein soll. Der Grund? Der Thronfolger ist bekanntermaßen auch Hubschrauberpilot. Die entsprechende Ausbildung absolvierte er von 2009 bis 2010 bei der Royal Air Force. Bis 2013 arbeitete er sogar als Rettungsflieger in Wales. Nach der Geburt seinen ältesten Sohn Prinz George, 11, gab er den Job als Hubschrauberpilot aufgrund des hohen Risikos aber auf. Das hindert den Ehemann von Prinzessin Kate, 42, aber bis heute nicht daran, sich hier und da dennoch selbst ins Cockpit des Helis zu setzen und zu fliegen, angeblich zum Unmut von König Charles. Charles wurde an seine eigene Sterblichkeit erinnert. In seinem Buch Kesschen, The Princess of Wales, Tabography, das 1. August erscheint, behauptet Jobson, dass König Charles nicht gerade begeistert davon sein soll, dass sein Sohn und Thronfolger weiterhin so oft in Hubschraubern fliegt und dabei auch des öfteren Kater und die gemeinsamen Kinder mit dabei hat. Daily Mail soll bereits ein erster Auszug des Buches vorliegen, in dem von einem handfesten Streit zwischen Charles und William die Rede ist. Der 75-Jährige soll erst vor wenigen Monaten erneut versucht haben, auf seinen Sohn einzuwirken, indem er seine Sorgen und Bedenken äußerte. Nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, hat König Charles, vielleicht an seine eigene Sterblichkeit erinnert, die Bedenken seiner verstorbenen Mutter geäußert, heißt es in dem Buchauszug. Aus diesem Grund habe König Charles Prinz William eindringlich darum gebeten, nicht mehr mit seiner Familie in einem Helikopter durch die Gegend zu fliegen. Der 42-Jährige soll davon aber nichts hören wollen, er sei laut Jobson nicht dazu bereit gewesen, der Bitte seines Vaters nachzukommen, und das hatte Folgen. Demnach habe König Charles nämlich als Konsequenz von seinem Sohn verlangt, sich zu verpflichten, ein formelles Dokument, in dem er die damit verbundenen Risiken anerkennt und die volle Verantwortung für sein Handeln übernimmt zu unterzeichnen. Schon Queen Alice bis 2.96 soll Williams' Leidenschaft für das Fliegen zu Lebzeiten ein Dorn im Auge gewesen sein.